Diese befreit sind Strom und Bäche durch das frühlingsholden, belebenden Blick zum Osterspaziergang in der Stadt Frankfurt nehmt The Baby euch virtuell mit. Wir stehen hier auf dem Römerberg vor der alten Nikolai Kirche und die hat etwas ganz ganz Besonderes. Auf der ganzen Welt, überall, sind die Kirchen nach Osten ausgerichtet. Also der Altar, Chor, alles Osten, Richtung Jerusalem, ne? Ist klar. Eingang ist immer im Westen. Ja, da zum Beispiel. Damit Moins, Sonne beim Morgengottesdienst einem noch schön erleuchtet, wenn man in die Kirche geht. Tja, auch in Frankfurt ist es so. Aber man betritt hier in Frankfurt die Kirchen oft im Norden. Hier auch bei der alten Nikolai Kirche. Haben auch bei St. Leonhard beim Dom, ja gut beim Dom, okay, da hat man gleich den ganzen Turm gebaut, hat mich den Westeingang gespart. Aber warum ist das so? Der Main hat immer viel Hochwasser. Früher gehabt und heute auch manchmal. Und wie man dann sieht, hier, ja, wäre das Wasser direkt über die Stufe gegangen, aber hier kommt man noch wunderbar trockenen Fußes auf dieser Seite in die Kirche rein. Nikolai, das war ja die Zeit damals, die Kirche der Ratsherren. Ja, immer donnerstags vor jeder Sitzung ein Gebet und dann ging es in Römer. Das machen wir heute auch noch, aber nicht jedes Mal, sondern immer vor der Konstruktion, also erste Sitzung nach der Wahl, da trifft man sich hier die Stadtforten dann zum Gottesdienst und dann geht es darüber durch die Demonstrante, die hier auf dem Römerberg tobe zu unserer ersten Sitzung in die Stadtforten versammelt. Nikolai, also der heilige Nikolaus, ja, ist ja nicht nur der Geschenkebringer für die Kinder, ja, sondern das ist auch der Schutzpatron für alles, was mit Wasser zu tun hat, für die Fischer, für die Seefahrer und auch der Schutzheilige fürs Hochwasser. Und man geht mal davon aus, dass man die Nikolaikirche deswegen hier auch so genannt hat, weil ja hier, wie gesagt, in Frankfurt immer das ganze Hochwasser war. Tja, ihr Lieben, das zum Thema alte Nikolaikirche hier auf dem Römerberg. Und ihr wisst ja Bescheid. Zufrieden jauchzet, groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Applaus